Was dieser Film bei mir gemacht hat, das fragt mich vielleicht in ein paar Tagen, weil die wird auf jeden Fall lange, lange nachwirken. Ich bin schwer beeindruckt. Ich bin schwer beeindruckt von der Bildersprache. Ich bin sehr, sehr schwer beeindruckt von den Schauspielerinnen und Schauspielern, vor allem von den Kindern und Jugendlichen. Das ist unglaublich. Aber auch die Übersetzung, diese visuelle Übersetzung dieses sehr komplexen Stoffes, ist so poetisch und gleichzeitig so geradlinig. Ich war zur Traininggeburt, mehr kann man nicht sagen. Ich habe mich heute extrem wohl gefühlt im Kino. Ich muss jetzt überlegen, wann ich das letzte Mal im Kino war, aber sicher erst das erste Mal seit dieser komischen Zeit. Und es tut gut, es tut sehr gut. Und das ist die Ruth, deine neue Pflegemama. Hallo. Oskar Lilly. Oskar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich ja nicht Vegetarier sein, das auch Fleisch ist. Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Oskar, ich will, dass es dir gut geht.